Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Infamous 2nd Sun, wo müssen wir mal bedanken. Ich hoffe, dass wir da lang müssen. Oder? Ja. Wir müssen jetzt anfangen mit dem zweiten Stadtgebiet. Das müssen wir jetzt anfangen zu hobern. Und als erstes sollten wir mal irgendwo sprayen. Wo müssen wir sprayen? Also oben wahrscheinlich. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie eine Auffahrt finden. Ich würde sagen, diese hier. Jungs. So, eine Kamera haben wir schon mal zerstört. Ach, sie haben so einen Läufer, oder was? Hör mal. Das ist nicht wahr. Diese scheiß, äh, automatische Ding da, ne? Ich wollte doch nur was sprayen. Ich wollte doch nur was sprayen hier. Das ist nicht wahr. Ich wollte, dass ich первotrige, dass sie die Situation vorwärten sind. Ich wollte dir so einen Läufer nicht mehr. Es war mir so einen Läufer, weil es ist nicht so ein Läufer. Das ist nicht so ein Läufer. Sehr gut. Jetzt kenne ich den Schwachpunkt. Okay, das sind schon die, äh, für die Kommandenzentrale. Ja, kommt her. Ja, da bin ich ja. Ui, 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 die sind aber ziemlich, äh, penetrant gerade, die Jungs. Hat das auf jeden Fall als die... Fick dich, komm her. Ich hab den Läufer von denen. Ui, 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 ui. Ich muss mich mal ein bisschen aufladen. Wo mach ich das denn am besten? Mein, hier sind überall Neon-Dinger, ich seh sie nur nicht. Äh, wieso darf ich mich nicht aufladen? Da, mal kurz... Die Neon-Reklame lernen. So, 97% nur noch. Aua. Da bin ich jetzt ziemlich bitte dran. So, einfach kurz die Kameras ausnehmen. Warum habt ihr mich nicht lieb? Sehr verboten. Hm. Okay. So, der Junge ist down. Wallalalala, hallo. Ey, so ist das aber hier nicht. Ich muss an diese scheiß Geschütze oben rein, oder was? Hopp. Hopp. So. So. So, das Automatikgeschütze war weg. Das war zumindest mal ein bisschen einfacher. So. 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 ich kann die nicht weitermachen kann ich die mission machen weil die kollegen ok jungs ist da ach da kommt noch einer von den angeschissen so ist man jetzt irgendwann gut gut dass es so viel mehr und reklamen gibt in so einer stadt dass ich mich mal ohne problem wieder ein bisschen heilen kann jetzt hoffe ich dass ich dieses ding hier mal aufmachen kann ja können wir so kann man das machen so mal gucken was er jetzt draus macht so die schablon kurz abgeschlossen wir haben nur 66 prozent von dieser stadt übrig dann können wir jetzt wahrscheinlich das viertel da oben weil er das gebiet da oben oder machen da oben sind wir noch so zentem was so jetzt auch hier ist einer das heißt wir klettern mal hoch und holen uns diese sende was hier da oben ein bisschen uns stört wir wollen nämlich schon das erste viertel also die heute das wird wahrscheinlich nicht der fall sein aber ich denke morgen das war spät das ist morgen das erste viertel haben ja ja wie kriegst du es von hier jawohl perfekt dahin muss noch immerhin sein und zwar da oben und den dritten aber auch weg super dann haben wir dem viertel schon das ganze zeug entzogen also die die ganze sende kraft oder was auch immer das ist der lotter auch immerhin der ich kann es bis 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 geschafft so die schablon kurz abgeschlossen so da mein wecker ich habe mal kurz hoch hier ernsthaft da kommt es ist runter im mimis so da war es dann machen wir das mit so jetzt mal wieder ein bisschen aufladen tja machen wir das thema schon gerade erledigt in unserem überschwung das sind die drohne 53 prozent hat diese statt nur noch so 53 prozent hat er noch ich vermute dass das hier gar ein anderes viertel ist ich verliebe ich kenne immer die terroristen schnitz so so eine weitere drohne ich gehe mal kurz hier hoch da ist die okay böses dupie einheit so ganz böse dupie einheit hartzeit ich glaube nicht dass ich bis da hoch komme oder ja doch tatsächlich ich glaube nicht dass ich bis da hoch komme oder 48 prozent liebe leute so jetzt mache ich das was ich ursprünglich eigentlich machen wollte als ich hierher gekommen bin äh nämlich dieses äh auf dem auf der baustelle oben war was oh rauch wollte ich dich hier ziehen eigentlich war das anders geplant naja ich kriege mich schon wieder gehalten ich kann ja schon wieder wechseln ich kann ja zwischen die kräftin und der wechseln das ist das gute ja muss jetzt also ganz hoch da rennen oder was naja Und da ist es. Dann gehen wir jetzt wieder mal ein bisschen sprayen. Es ist immer sehr interessant, was der für Kunst da raushaut. Okay, er ist fertig. Also wir sind fertig. Yeah. Ich habe Blumenkunst abgeschlossen. So, irgendwo muss noch eine Drohne liegen. Sag mal wieder nicht, dass die oben auf dem Kran liegt, oder? Aber bei der Villehöhle könnte es sogar fast hinkommen. Ja, es liegt tatsächlich oben auf dem Kran. Ich höre sie doch. Oh nein! Wo liegt sie denn überhaupt? Wo liegt sie denn, die Drohne? Hier oben. Aha. Das war meiner Vermutung doch richtig. So, diese Stadt hat nur noch 40%. Da hinten ist noch eine Überwachungskamera. Irgendwo. Oder wird sie wieder zum anderen Stadtgebiet. Ne, die wird hier so. Das ist hier an der Brücke. Aber das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wir sehen uns dann wieder bei Let's Play Infamous Second Son. Wir sehen uns dann wieder bei Let's Play Infamous Second Son. Und bei Let's Play Infamous Second Son.